Oh Oh Und wer? Oh nein Was? Was da passiert? Die besten Videos sind immer die, wo die Leute mal anfangen scheiße zu reden Wortwörtlich Ja Ja Oder über den Hund im Schritt von Laura Das sind andere Themen, okay Beziehungsweise die Gespräche zwischen dem Hund im Schritt von Laura und Laura Von Laura und Laura Das sind Ich schwöre auf Jesus Ich Steh nicht auf Sodomy Ich geh mal mit Ich geh mit Oryx roben Welche Bezeichnung von Sodomy? Die deutsche oder die internationale? Beide Also stehst du auf Kerle Jai Ich 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 Ja Ich fragte nur, damit ich mir etwas sicherer sein kann, dass er das war in den Videos Ja Warum sollte er das Gesicht jemand anderes nehmen Moment Gehen wir jetzt alle zu viert Roam Du bist Moog Laura Ja und? Das Moog ist doch voll gut zum Äh Ey Kjell, hast du das Video oder die Audio geschickt? Wie Davor nur noch Pepsi Gar nichts Lol Boah Ernsthaft Ich Ich Woll grad sagen Ebola hat nicht getötet Dini Lobby ist Ash Lobby ist Ash und Maybrick Maybrick ist um Twitch ist auch um Ich 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 Das ist sogar ne ziemlich gute Parodie der Rapkultur Er solls auch einig sein Kann hier wer den Hedge aufmachen? Ja Ich mach die anderen beiden Hedges dicht Damit hast du auch einen guten Spot bei dir Daniel Also hier, der müsste noch auf Max, hast du Impact? Oder so Lustig ist es definitiv Ja, danke Autismus Gang Ja, das ist ne Top-Band Ja Oh, die spüren Blitz Ähm Wer hat gemacht? Ich bin mal in den Keller gejoggt Wo sind die? Ja, die droppen wahrscheinlich vielleicht einen Blitz mehr drunter Wo droppen die runter? Ja, die droppen Ich hab da... du meinst der, der offen ist? Ja Da hab ich ne Banshee platziert Ja, er hat mich gerade Die Hibana ist on ping Uff Die Hibana kommt Wo sind die anderen? Ähm Also hier drinnen ist der Sitz Ich hab mal die Cams Ähm Boah, Alter, was geht hier ab? Fuse? Da Fuse ist oben, oder? Einer ist weg Haben die einen Fuse? Ich könnte... Hier ist immer noch Blitz Ich könnte ja Hilfe gebrauchen Ja, geh jetzt zur Seite Nein, ich bin tot Fuck Äh Ja, du könntest selber gebrauchen Daniel, seit wann hast du Maverick? Seit... ein paar Minuten Ja Mann, Kiel, immer nur auf Twitch Livestream hier Ja, Mann, Mixer macht Schluss Die haben mein Leben zerstört, weil Mixer jetzt Schluss macht Ich kann auf keine anderen Livestream-Plattformen streamen Deswegen muss ich jetzt vor der Kamera rumholen Dass mein ganzes Leben zerstört ist, weil... Wie heißt die Plattform nochmal? Mixer Das Mixer abgeschaltet wurde Aber jetzt nicht bevorzuge an sich schon Twitch Weil es ist einfach unkompliziert auf Ich hab nie einen Mixer gesehen Ja, man braucht... Ich wusste bis das abgeschaltet wurde nicht mal, dass es das überhaupt gibt So weißt du Ist hier irgendwo wer, oder kann ich hier gechillt hoch drohen mit meiner Drohne? Nein, naaa, ich wüsste nicht Sende nur ein paar Schützen Noch 10 Sekunden Ich würd halt gerne Alibis Prismens zerstören Das ist immer schön witzig, wenn man noch... Vor der Action... Oh, oh, oh Gott, meine Drohne Oh Gott, meine Drohne Oh Gott, meine Drohne Keycap Oh Gott, meine Drohne Er soll nicht um sein Leben, sondern um seine Drohne Ja, die Drohne ist wichtig Ja, die Drohne ist wichtig Wissen wir, keine Sorge Ich wurde gespottet Was? Nichts Alles gut Laura wollte gerade mit Sledge die... 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 das Fenster einhauen Und ich so mit Sophia Einfach mit ihren Granaten, bam Sie so Ja, auch so oder so Oh 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 nein Oh nein Und wer? Oh nein Was? Was ist da passiert? Ähm, ich hatte die Mail zu lange in der Hand... Was, das warst du? Ich hab sie nicht getroffen Das warst du! Okay Du hast uns beide gekillt, alter Sehr vorsichtig, pass auf, ich Drohne runter Ja, ich hab mir so ne Hand heute bei Ikea gekauft Ähm, für... zum Zeichnen Krasser Helm Wer? Laura Nein, nicht Zeichnen lernen, ich kann zeichnen Vor allem Hände kann ich relativ gut zeichnen Auch meine Hände und meine Augen bin ich ziemlich stolz Ich krieg nur keine Zeichnung Lass mich raten, du hast noch ne Sofa und ein paar Stühle gekauft Und ein Fernsehsessel und ein paar Kommoden Dibi, ich hab gesagt, du solltest hinter mir bleiben Hallo, kann ich... ich... ja... Erstmal eindringen Oh je Oh, das ist ein Feind! Oh nein, ver... oh Kannst du auch durch die Wand stehen Ich hab ne Maestro-Camp zerstört Oh, hier, hier Hier, ich hab kann er geht nicht selbst Ich hab kann er geht nicht selbst Oh 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 mein Gott, was das Scheiße Sind wir uns einig, dass das nie gezeigt werden sollte, irgendwen? Oh, warte mal, wir haben Kat Wir haben Kat Oh Gott Oh, war das schlimm Oh Shit Danke mal Ich wollte dich beschützen Und dann links sind dumme Ähm Ich hab mir nur das von dir abgeguckt, ja? Ich hab mir jetzt denn vor, ok Ich hab mir das von dir abgeguckt, ja? Ich höre jetzt den vor, okay Ich hab mir nur geguckt, wie du das letzte Runde gemacht hast Who can say where the road goes, where the day flows, only time Immerhin habe ich die Granate nicht genommen, ja? War unauffälliger Soll ich dir gleich mal zeigen, wie man richtig mit Granaten spielt? Lieber nicht. Ich verzichte Das ist eine sehr, sehr weird Anmerkung Ja, ich hatte noch nur auf den Zuhren und Armin mit einer Granate in der Hand Soll wir uns richtig machen? It's a long, long way to the house in the center Scheiße But the girls in the city looks so pretty Ey, ist euch mal aufgefallen, dass Kiel hier immer der letzte ist, der immer die Runden reißen muss, weil wir alle tot sind Ja Ja Und nur ganz selten ich Weil ich bin dann so panisch, dass ich sterbe Sehr selten ich, sehr, sehr selten ich Was soll ich sagen? Wo sind denn alle hin? Du hast alle deine Freunde bei dir Na ja, Kiel, du bist meistens so vorsichtig, dass du nicht mal stirbst Aber dennoch die Runde verlierst Jetzt stell dir mal vor Nur weil du nicht drauf gehst, heißt das noch lange nicht, dass du im Leben gewinnst Ich freue es Oh, ich hab hier sogar schon mal meine E-Phasen-Noten eingetragen Mann Kiel, du hast noch 35 Sekunden, beeil dich doch mal Mann Das ist alles wichtig, damit ich gewinne Ja Ah Aber wie habt ihr es eigentlich geschafft, alle vier jetzt auf einmal draufgegangen zu sein? Ah, Max hat mich schon geworfen Das sehen sie nächste Woche Montag Bei der neuen Folge Dragon Ball Z Genau Ich glaub dafür war es eine Nummer zu spät Scheiße Ja, ich mein, du willst direkt in die Cam reingehen und dann in dem Moment siehst du, dass jemand rauskommt Richtig 31er Ich lese immer Ebola Ebo-bla Oh